In diesem Video gibt es 5 Fakten über Yoda, allerdings sind nur 4 der Fakten wahr, einen der Fakten habe ich mir nur ausgedacht. Wisst ihr welcher der Fakten der Ausgedachte ist? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Die Auflösung darüber was die Lüge ist, erfahrt ihr nächste Woche Mittwoch im nächsten 4 Fakten eine Lüge Video. Die Auflösung letzter Woche über das Video über Wedge & Tillis gibt es am Ende dieses Videos. Doch nun zu den 5 Fakten. Yoda wurde in den Episoden 5, 6 und 1 von Puppenspieler Frank Oz gespielt. In den späteren Episoden der Prequels wurde Yoda dann durch eine Computeranimation ersetzt. In Episode 1 wurden außer Frank Oz, der die Puppe unterhalb des Bodens bediente, noch 3 weitere Puppenspieler benötigt, die die Gesichtsmuskeln und die Augen Yodas per Fernsteuerung bewegten. Nach Episode 1 wurde George Lucas von Animationskünstler Jamie Welles davon überzeugt, dass Yoda auch durch den Computer erzeugt werden könnte. Dafür erstellte Welles Szenen eines computeranimierten Yodas auf der Basis von Yodas Szenen aus Episode 5, um zu zeigen, dass eine solche Darstellung Yodas genauso glaubwürdig oder noch glaubwürdiger wäre als die Darstellung einer Puppe. Bei der Animation Yodas achtete Welles besonders darauf ihn an den Yoda der OT anzugleichen. So bezog er die Gegebenheiten des Puppenspieles mit ein, wie z.B. dass Yodas Ohren beim Heben und Senken des Kopfes leicht wackelten. Eine Spielzeug-Yoda-Figur entfachte einen sehr großen Rechtsstreit 2001 in den USA. Am 1. April dieses Jahres veranstaltete der Manager eines Hooters in Florida einen Wettbewerb unter seinen Angestellten. Die Mitarbeiterin, die sich an dem Abend am meisten anstrengen würde, würde einen Toy-Yoda bekommen. Als die Siegerin des Wettbewerbs Jodie Barry, nachdem sie gewonnen hatte, einen Spielzeug-Yoda überreicht bekam, staunte sie nicht schlecht, da sie davon ausgegangen war einen Toyota zu bekommen und keinen Toy-Yoda. Sie ging mit diesem Fall vor Gericht und klagte ein Jahr lang gegen ihren Boss. Im Endeffekt gewann sie und durfte sich zusätzlich zu ihrem Toy-Yoda, einen Toyota ihrer Wahl, auf Kosten des Managers aussuchen. Ursprünglich sollte Yoda schon in Episode 1 eine Kampf-Szene gegen Darth Maul haben. Allerdings stellte sich heraus, dass es zu aufwendig gewesen wäre eine solche Szene mit einer Yoda-Puppe zu drehen und es im Endeffekt nicht glaubwürdig genug gewesen wäre, deshalb wurde diese Szene geschnitten. Im deutschen Roman zu Episode 6 sind Yodas letzte Worte, es gibt einen anderen Himmel. Dies ist offensichtlich eine falsche Übersetzung, da er im Film sagt, da ist noch ein anderer Sky-Sky-Sky-Sky-Walker. Somit wurde das Sky aus Skywalker fälschlicherweise als Himmel übersetzt. Das waren auch schon die 4 Fakten und die eine Lüge. Na, wisst ihr was die Lüge war? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Doch nun zur Auflösung von letzter Woche von dem Video über Wedge & Tillis. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, macht hier lieber eine Pause und schaut euch das Video an, damit ihr nicht gespoilert werdet. Die Lüge von letzter Woche war natürlich, dass Wedge ursprünglich Kid Fisto heißen sollte. Das war es auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da und vergesst nicht mich zu abonnieren, damit ihr nie wieder ein Video von mir verpasst. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.